So, gestern war der 26.8. Ich bin immer noch im Urlaub. Haha, wer hätte das denn gedacht? Und ich befinde mich in einer mega Aufnahme-Session, wo ich unglaubliche 70 Folgen produziere. Alter, diese Geräusche machen eine Paranoie. Maximales Tempo. Maximale Panzerraum. Hallo. Dicher? Ja, ein Stützpunkt. Ich glaube, die leben nicht mehr. Oh. Strait Lantiers Nomad. Ich habe ihre Marines gefunden. Irgendwelche Überlebende? Negativ, Sir. Keine Überlebenden. Ach, das war das zweite Plättung, das ich an dem Berg verliere. Okay, wir müssen sie da rausholen. Warnen Sie sich einen Weg zum Rand der Sphäre. Ich lasse Sie da dort anholen. Äh, raus aus dem Kameramode. Was soll ich? Was? Schicken wir diese hässlichen Bastarde zur Hölle. Sind Sie dabei, Junge? Verdammt, ja! Der hat überlebt. Der hat überlebt. Wir dachten alle, sie wären tot. So leicht bin ich, dich klein zu kriegen. Geile Knarre. Achtung! Wir kriegen noch mehr Besuch. Komm her, Schnuckis. Oh. Alter. Hilf mir! Boah! Hinter dir, Digga! Zelle! Die ist sogar... Ich habe hier eine ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. Verliere Energie! Brauche Deckung! Weg mit der Schrot. Oh yeah, Motherfuckers. Habe ich hier? Ja, Laser. Oh. Oh Gott, ich bin so schnell mit der Waffe. Hör auf, lag zu laden. Wo ist er denn? Oh Gott, der Mist ist jetzt immer mir! Ha! Das gibt's doch nicht. Schieß! Die sterben aber auch nicht. Was dauert da unten so lange? Man wartet an der Evacuation-Station auf Sie. Trigment, ich habe Profit gefunden. Verliebens ist aber zu sehen. Der Mist hier steht, ist wirklich weg. Verstanden, Nomad. Verkratz, wir verlieren zu viel Energie. Wir müssen eine Wärmequelle finden. Wir holen Sie da raus. Wir sind unterwegs, Major. Nimm mir die Ska mit. Los geht's. Nice, Profit ist wieder da. Okay. Die ist ja Hammer, ey. Bin dabei. Geh weg! Chill. Hier, Wärmequelle. Mein Anzug verliert zu viel Energie. Geben Sie mir Deckung. Ich muss regenerieren. Deckung? Hier ist kein Sau, du Idiot. Weiter. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Da hinten. Was? Ich würde... Also, fest steht, es sind Aliens. Ich erfriere. Wir brauchen eine Wärmequelle. Geben Sie mir Deckung. Oh. Feuer. Eieieie. Der Große? Oh, nö. Ich sehe meinen roten Punkt gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinschieße. Ah, da hinten. Alter. Die haben kräftigen Wumms. Weiter, Profit. Übrigens, von ihm habe ich mir meinen Namen geklaut. Ich fand den Namen so geil. Oh, nö. Noch eine. Zurück zum Feuer. Zurück zum Feuer. Zurück zum Feuer. Feuer, 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 Feuer. Autsch. Autsch. Ciao. Da. Hui. Yeah, Ehrlingkirchen. Ui, 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 ui. Immer langsam großer. Profit, Feuer, Profit, Feuer, Profit, Feuer. Au. Feuer. Oh, Mann. Oh, du gehst mir auch auf die Eier. Kommt, Profit, zum Feuer. Ja, da, da. Da schaffen sie, da schaffen sie. Na also. Wo? Von wo? Der ist in die Luft gegangen. Au, au. Weiter. Schlau, die verstecken sich hinterm Baum. Das ist doch zum Kotzen. Woh. Geh weg. Alter. Da kommt das scheiß Vieh direkt auf uns zu. Ey, hier. Werben dich nochmal auf, Digga. Weiter. Die ist halb kaputt, du Depp. Neue Waffe. So kann ich schneller laufen. Es geht nicht kaputt. Mein Anzug verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Oh, nerv nicht. Ich weiß, dass du halb tot bist. Mein Anzug verliert zu viel Energie. Oh. Rod red. Ich frier auch ein. Weiter. Was? Wo muss ich hin? Oh, da nicht. Da lang. Komm, Digga. Ja, hier durch. So, fast wieder 15 Minuten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.